Guten Morgen meine lieben Zuschauer zum heutigen JFD-Devisen-Radar. Am Mittwoch, dem 30. November, Monatsende, steht im Haus, wird spannend. Wir haben heute auch noch einige Termine vorliegen. Also die Agenda ist hier reichhaltig gestückt, das darf man nicht vergessen. Und ganz wichtig auch das Treffen der OPEC hier in Wien. Da wird es sehr, sehr spannend. Ansonsten, wie gesagt, heute einiges an Daten. Schauen Sie sich mal die Agenda an, da geht hier einiges vor sich. Wir haben auch aus Kanada heute einiges zu erwarten. Also gerade neben den Rohöl-Lagerbeständen, die eh jeden Mittwoch 16.30 Uhr kommen, ist es eben auch an dem OPEC-Treffen hier in Wien. Und man darf gespannt sein, ob da eine Einigung zu erwarten ist. Wenn sich die Exportländer nicht auf eine Reduzierung der Ölförderung einigen können, dann wäre das natürlich wieder mal kontraproduktiv und insofern für den Markt dann wieder mal sehr, sehr bewegungsreich wahrscheinlich. Wir schauen aber auch heute mal auf den Euro gegenüber dem Austral-Dollar, den wir hier unlängst ganz gut eingefangen haben. Zunächst das mal der Wochenchart. Klar, wir sind hier einer übergeordneten Schwäche und das eben schon seit Ende 2015 wertet das Paar sukzessive ab. Liegt natürlich vorwiegend an der Schwäche des Euros. Austral-Dollar kommt hier auch nicht wirklich vom Fleck. Grundsätzlich aber hier im Cross-Rate Euro-Out dann entsprechende Schwäche zu sehen. Und unlängst gab es eben hier den Durchprall, den Durchfall unter die Unterstützung 1,45, 1,44, 80. Letztlich hier sozusagen die Signale weiter gen Süden, gerade auf Wochenbasis in Richtung 1,38 auf jeden Fall generiert. Wir haben jetzt hier mit diesem ehemaligen Unterstützungsniveau, was sich hier aus 2015 ableitete und hier mehrfach in 2016 getestet wurde. Hier jetzt einen ganz klaren Widerstandsbereich. Hier zum Trump-Event gab es hier mal wilde Ausschläge. Diese Spike-Herze muss man ein Stück weit relativieren. Tatsache ist, in der laufenden Handelswoche haben wir hier wieder ein untergeordnetes Unterstützungslevel erreicht und das erscheint jetzt mal ganz interessant. Wir gehen mal von der Woche in den Tagesschart. Wir haben unlängst hier zum Devisenradar, was übrigens heute auch wieder 15 bis 16 Uhr stattfindet. Meine lieben Zuschauer, kostenlos sind Sie wieder eingeladen. Schauen Sie auf die JFD-Website unter Webinare oben im Reitermenü. Da können Sie jederzeit hier sich kostenlos anmelden und das schauen wir natürlich durchs Universum der Paare. Und wir hatten auch hier in der Vorwoche bzw. unlängst eben beim Radar und auch im Webinar hier eine mögliche Schwäche erwartet. Also ausgehend hier von dieser Barrierenzone und eben, dass der Preis hier nicht die letzten Hochs antestete, wurde eine nochmalige Schwäche, einen Rücklauf hier in Richtung 1,42, 1,42, 1,41,85 etwa erwartet eben diese Zone hier. Und ja, diesen Fall können wir jetzt relativieren. Und aktuell sehen wir hier eine leichte Stabilisierung und aktuell rechne ich durchaus damit, dass wir hier auch Zugewinne sehen könnten. Die Frage ist vielleicht, warum? Wir haben hier ein saisonal bullisches Setup, meine lieben Zuschauer. Saisonal Bullisch dahingehend, dass wir mit Rückblick auf die letzten 21 Jahre hier einen positiven Verlauf bei diesem Währungspaar kennzeichnen können. Wir hatten hier praktisch 16 Gewinner, 5 Verlustjahre. Ergibt eine Trefferquote von über 75 Prozent, insofern interessant. Und der durchschnittliche Gewinn liegt hier bei 355 Pips. Das ist eine Hausnummer mit einem durchschnittlichen Verlust gegenüber 177. Ergibt im CHV hier über 1,5, um 1,5. Ist eine ganz interessante Geschichte. Und wenn wir uns das mal anschauen, wie sich das hier im Performance-Chart der letzten 21 Jahre darstellt, dann sehen wir hier eine sehr, sehr klare Tendenz. Und das lässt eben mutmaßen, dass wir hier vom aktuellen Niveau ausgehend durchaus Zugewinne sehen können. Das wird spannend sein zu beobachten. Man muss eben abwarten, ob es diesmal auch für einen ordentlichen Lauf reicht. Aber grundsätzlich neben dem bullischen saisonalen Muster, welches hier bis zum, können wir direkt schauen, 12.14.12. läuft. Hier exakt 10 Tage. Bei diesem Muster kann man eben davon ausgehen, dass wir hier sagen, wenn der Markt tatsächlich eben eine solche Performance vollzieht in den kommenden 10 Tagen, dann stehen die Chancen gut, dass wir hier am 14.12. im Schnitt einen durchschnittlichen Gewinn von 355 Pips eingefahren haben. Der durchschnittliche Trade liegt hier bei 229 Pips. Also wollen wir das alles mal ein Stück weit relativieren. Mit dem heutigen Schlusspreis sollte man hier möglicherweise einen Einstieg suchen. Das wäre dann etwa, so, lass mal hier in diesem Bereich. Das wäre die mögliche Chance im Durchschnitt aller Trades. Und im durchschnittlichen Gewinn wäre es sogar so, dass man hier auf die Hausmarke von 355 gehen müsste. Was ich hier auch gerne mal tue. So. Machen wir eine Chance draus. So. Und das sieht doch mal nicht schlecht aus. Und auf der Südseite lässt sich natürlich hier auch ein klares Level Risiko seitens definieren. Das waren 177 im Schnitt. Schauen Sie, das lässt sich hier sehr gut abtragen. So. Also plus minus 2, 3 Pips. Da wollen wir nicht heiliger sein als der Papst. So. Grundsätzlich hier das als mögliche Minimum Chancen. Und Tatsache ist natürlich, wenn wir das mal hier so betrachten, wäre natürlich ein Worst Case Stop Loss. Auf jeden Fall hier auch unter dem letzten Tief dieser Kerze hier nach dem Trump-Sieg sozusagen zu platzieren. Das wäre der Worst Case Stop. Man könnte aber auch natürlich ein Stück weit aggressiver den Stop unter die Montagskerze, unter das Montagstief legen. Man muss aber natürlich davon ausgehen, dass wir auch am Freitag noch die Non-Fam Payrolls haben. Insofern auf jeden Fall Volatilität im Markt zu erwarten ist. Das natürlich auch hier große Spikes erzeugen kann. Insofern muss man hier natürlich genau abwägen, wo man hier sozusagen seinen Stop platziert. Rein technisch wäre unter dem Tief vom 28.11. ein Stück weit ein gutes Level. Mit Berücksichtigung der Saisonalität könnte man sogar dann eben auch hier ein neues Mehrmonatstief sozusagen absichern. Sollte der Markt wirklich auf ein neues Mehrmonatstief gehen, dann wäre es ohnehin klar, dass wir hier noch wesentlich tiefer gehen. Also hier neben dem Level von 1,40 dann eben auch hier die Zone von 1,37 wahrscheinlich ansteuern werden. Im großen Bild sieht es auch danach aus. Aber kurzfristig muss man einfach sagen, haben wir von dem aktuellen Level ausgehend eine sehr, sehr schöne Basis, dass der Euro gegenüber dem Austral-Dollar anzieht. Und das halten wir uns einfach mal fest, meine lieben Zuschauer. Die Chance ist gegeben und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, schauen Sie auf jeden Fall heute Nachmittag beim Devisenradar vorbei. Und vor allen Dingen handeln Sie mit dem richtigen Broker, der auch hier für Post-Trade-Transparenz garantieren kann. Nämlich dies auch nachweist mit dem Post-Trade-Execution-Report. Prüfen Sie da einfach mal Ihren Broker. Ich sage an dieser Stelle erstmal, danke fürs Dabeisein. Wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag. Und wenn Sie mögen, hören wir uns heute Nachmittag schrägstrich morgen früh spätestens. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kemmerer und Tschüss.